Jo, weiter geht's, äh, Triceratops, there you go, und Parasauroloputze, Cousin, da, bam, hey, hey, pssst, 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 piss dich, oh man, hey, warum, das macht mich nervös, dass die hier am Zaun rumstreunern, ne? Sturmwarnung, er leckt mich doch ab, ja Gott, Mann, Sturmabwehrstation, haben wir nämlich noch gar keine, haben wir jetzt Zeit, komm, er ist wahrscheinlich jetzt eh zu spät, aber ein Versuch ist es wert, Struktur beschädigt, Umspannwerk besuchen, muss das sein, Nee, oh Gott, nee, äh, es ist eine Aufgabe hinzufügen, wo ist es, da, repair that shit, und repair that shit, und wenn du schon dabei bist, können wir ja nochmal nachfüllen, Und hoffen, dass nicht noch mehr kaputt geht, steht das Ding, ja, gut, sollte uns also jetzt relativ gesehen schützen, ähm, ja, die sollten sich jetzt mal langsam mal beruhigen, oder? Alter, Alter, why? Scheiße. Okay, ist nur der eine. Ey, wenn ihr nicht zusammenbleibt, kann ich halt nichts für eure Geborgenheit, ganz ehrlich. Aber gut, ich hoffe, dass wir es irgendwann in Degree F bekomme. Ah, lol, ja gut, würde ich auch machen an deiner Stelle. Bono, Bonusaufgaben. Bonus würde ich jetzt anders definieren, aber ja. Verkaufen. Na, extrahieren, verkaufen. So, was brauchen wir noch? What do we need? Riceratops, Stego, und Parasauro. Auf jeden Fall. Jo, komm, weiter geht's. Weiter geht's. Und dann könnten die sich doch mal abregen. Jetzt sind sie auch nicht mehr so am Zaun, doch, der da. Was ist mit dem? Warum? Warum wohnst du da? Warum? So, was geht mit dem Ranger-Team? Alter, betäubt. Zustand 47%. Der wird genutzt. Weißt du was? Dann füll das Essen halt nicht nach. Ja, fahr zurück. Don't die on me. Fahr zurück. Yes, yes, yes. Bis später. Ja, die sind total unentspannt, ne? Der muss da weg. Wenn wir schon mal dabei sind, wenn das Ranger-Team wieder repariert ist, dann werden wir den hier noch betäuben gehen. Ja, Ranger-Team. Ranger-Bob. Es geht. Kehr zur Basis zurück. Ja, dann mach mal. What an asshole. Oh, Mann. Ja, ja, ja. Die müssten ja gleich fertig sein, ne? Weniger als eine Minute. Das ist schön. Das ist schön. Ach, komm. Hör auf, die Zauner zu greifen. Komm, Ranger-Team. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich werde jetzt hier noch eine Tür hin natzen. Ja, weil ich es kann. Ranger-Team wird repariert. Das ist gut. Aufgabe hinzufügen. Dino betäuben. Ah, ah. Hallo. Betäuben. Und Zaun reparieren. Okay. Sind die jetzt bald mal da, Mama? Ha, da. Okay. Gut. Extrahiere. Extrahiere. Yes. Was haben wir denn hier? 73%. Das ist gut. Und Fisch verkaufen wir. Fisch. So, Triceratops und Parasauro-Lobuts. Und Transport-TM auch abgezogen. Was auch immer das bedeutet. Ah. Ihr müsstet euch doch langsam mal ein bisschen sozialisieren, oder? Ich meine ja nur. Die anderen sind so alle so geschmeidig. Nur ihr nicht. Weil ihr ständig irgendwas angreifen müsst, ne? Ah. Come on. Gäste. Ja gut. Wir haben keine, ne? Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Zwei Minuten. Extrahiere. Können wir das eigentlich erweitern? Erdwärme. Ranger. Brutstätte. Brutstätte. Besucherzentrum. Ne, gibt's nicht, oder? Expeditionsmodul. Null von zwei verfügbar. Okay. Ah, das geht alles hier drüber. Fossilien. Forschungsmodul. Stimmt, wir können noch ein bisschen forschen. Ha. Vielleicht. Aber null vielleicht. Nö, können wir nicht. Hallo, Mr. DNA. Mioink. Ja, ich weiß. Du bist's. Mioink, mioink. Nö, 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 nö. Nerv nicht. Okay. Geht nichts zu forschen. Dann haben wir jetzt gerade nur Expeditionen am Laufen. Gut, gut, gut. 87% Triceratops. 66%. Rachiosaurus haben wir halt echt schon Maximum, ne? Parasaurolopuzee. Und was haben wir da? Stego. Ah, wie hier ist. Stego. Okay. Ja, dürfte ja nicht mehr allzu lang dauern. Warten wir mal kurz ab. Kann ich wenigstens nochmal einen Kaffee lutschen. Ah, okay. Gut, gut. Ja, das nimmt sich nichts. Das geht genau auf. Wenn ich die Fertika-Begrabungsteam-Cat zurückkomme. Da haben die neuen Reihen. Ja, das passt ja wohl. So, 70%. Und extrahiere. Extrahiere. Jetzt müssen die anderen auch noch kommen. Yes, da sind sie. Das dauert aber auch noch ein bisschen, ne? Uh, verkaufen. Und Rhodium verkaufen. Alles klar. Weiter geht's. Gizera-Tops. Parasauro-Lopuz ist leer gelutscht, ne? Oh, that's sad. Ah, ne, da. Gut. Super, dass die Ingen-Datenbank da natürlich die ganze Zeit hin und her springt. Also, jetzt bitte. Ah, ne, ihr seid auf 100%. Seid ihr jetzt alle mal endlich geschmeidig. Jawohl. Es sei denn, hier wäre noch irgendwo einer. Aber nein. Okay, das sieht doch gut aus jetzt. Die sind mir halt echt nah am Park, aber gut. Ist klar, ich habe in deren Territorium gebaut. Das finden die natürlich nicht geil. Macht Sinn. Okay, jetzt geht es nur noch darum, die erforderlichen Dinos rauszuhauen. Und eine Krankheit ist ausgebrochen. Holy shit. Ranger-Team. Hinzufügen. Behandeln. Bevor irgendwas passiert, wäre es geil, wenn er die Jungs behandelt. Bevor sie wieder Akro werden. Hm. Ich schaffe das ja wohl. Oder was? Oder was? Oh, da ist noch einer. 94%. Ja, ist okay. Damit können wir arbeiten. Solange alles sick wäre... Wo? Fahr! Mann ey, eure Driving-Skills hätte ich gern. Was zum Arsch. Fahr doch unter dem Dino durch. Ja, genau. Hey, da ist so viel Platz zum Ausweichen. Wo habt ihr denn fahren gelernt? Obwohl, das ist gesund der Menschenverstand. Das hat noch nichts mit fahren lernen zu tun. Jawohl, Mitte durch das See geheizt. Weil ich kann. Ja, geil. Skill. Und dann treffe es nix. Hervorragend. Kann er wieder weg. Kann der weg? Oder ist das Kunst? Nee, der kann weg. Auf jeden. Okay, die sind gleich fertig. Z-Exp-Citre. Ah, seht ihr nicht. Mein Kopf ist davor. Na gut. So, die kommen zurück. Und dann... Extrahieren wir die nochmal. Und ich glaube beim Triceratops... Hoffentlich war es das dann. Platin. Ja, geil. Bam. Umsatz und so. Verbraucht. Triceratops ist verbraucht. Stego, Stego, Stego. Da. Okay. Ich vermute, dass er dann aber auch auf 100% ist, ne? Genome. Na, gucken wir uns das mal an. Auf wie viel Prozent wir jetzt kommen. Ich denke nur 100% ist awesome. Weil ich es kann. Und so. Die Lebenserwartung ist dann natürlich höher. Jo, das läuft doch durch wie Sau. Okay. Und dann fahren im Park mit noch was geht. Ah, Ranger nachladet Tempo 3 und Treffsicherheit 3. Das wäre nicht schlecht, ja? Zurück im Dure-Ass. Oh ne, Mr. DNA. No. Shut up. Plus 6%. Das ist nice. 90. Ja, vermutlich haut es da jetzt echt raus, ne? Das müsste durchlaufen. Also Triceratops sollte fertig sein. Aber wir werden sehen. Mike. Guten. Sollte gehen. Also das Genome. Obwohl. Ah. 7 ist vielleicht ein bisschen viel für die 2. Weil. Ja. Wie viel bringt der? Müssen wir jetzt mal gucken. Wenn der 3 bis 4 bringt, ist es natürlich gut. Wenn. 3. Ja. Ne, bringt nur 3. Gut. Dann wird der auch nur 3 bringen. Das heißt, uns fehlt noch original 1%. Wenn die hier fertig sind. Aber wir haben keinen Triceratops. Mehr, ne? Das ist nur noch Dilopho und Stego. Ja. Es sei denn, wir hätten irgendwo anders noch was. Aber. Ne. Natürlich nicht. Ah. Stego, Stego. Ne. Ist nicht. Na gut. Vielleicht haben wir aber auch Glück. Ne, haben wir nicht. Das so vergleichen. Wahrscheinlich eher nicht. Gut. Ja. Das ist voll. Okay. Stimmt. Deswegen kann ich da jetzt auch schon nichts mehr extra hier. Alles klar. Verkaufen. Yes. Das heißt, für ihn reicht es nicht. 1% fehlt uns. Aber gut. 99% ist es halt auch. Okay. Kann man mal lassen. Ne. Ne. Ist klar bei dir, Mike. Jep. Passt nicht. Ah. Achso. Ja. Ich sollte vielleicht nochmal Grabungsteams rausschicken. Driceratops. Und Parasauro war fertig. Stego ist leer gelutscht. Ah. Stego. Ah. Doch. Er hat es ja vollständig. Awesome. Okay. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Urlaub. Pause habe ich nicht. Ich habe mal Urlaub. So halbwegs. Ups. Haltung annehmen. Okay. Das nutze ich natürlich direkt mal aus. Obwohl ich mir beim Stego gar nicht sicher bin. Egal. Stego unter China. Lufeng Formation. Okay. Parasauro. Stego könnte voll sein. Das wäre jetzt natürlich unnötig. Sehe ich es denn eigentlich? Die gehen nur in Daten. Hier sehe ich sie nicht. Bei Dino. Oder doch. Shut up. Gali Mimus. Hier sehe ich sie nicht. Ja. Es ist auch immer noch das. Es ist immer noch dasselbe. Weil das Spiel mega umfangreich ist. Einfach. Also tatsächlich mit den DLCs hast du Jahre Spielzeit gefühlt. Deswegen. Ich bin immer noch dran. Aber wie ich das sehe. Haben die sich jetzt komplett beruhigt. Das ist toll. Gut. Das ist schon mal einiges wert. Hier sehen wir halt auch die Genomdaten. Das ist schon mal einiges wert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020